Dieser Sound erinnert stark an alte Horrorfilme oder das bevorstehende Halloween-Fest. Allerdings auch für Ex-Torwart Jens Lehmann. Denn der Kettensägenzopf mit seinem 91-jährigen Nachbarn geht in die nächste Runde. Dieses Mal Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Der Rentner zu Bild. Irgendjemand hat das Datenkabel der Telekom durchtrennt. Daran hing mein Internet und auch die Überwachungskamera, die im Juli Herrn Lehmann bei seiner Kettensägenaktion gefilmt hat. Doch einen Namen nennt der betagte Architekt nicht. Es gibt bisher keine Zeugen. Aus diesem Grund nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Es gibt Ermittlungen wegen einer neuerlichen Sachbeschädigung. Wer könnte das Kabel durchtrennt haben? Eine Ratte? Ein Marder? Oder ein ehemaliger Fußballstar? Rückblick. Im Juli soll er mit einer Kettensäge das Grundstück seines Nachbarn in Berg am Starnberger See betreten haben. Von einem Baugerüst aus habe er das Stromkabel der dort installierten Kamera abgerissen. Anschließend soll er mit einer Stielsäge einen Dachbalken, der seinen freien Blick auf den Starnberger See störte, abgesägt haben. Dumm nur, die Überwachungskamera filmte alles mit, weil die Kamera mit Akkus weiterlief. Es folgte ein Polizeieinsatz, Beamte sicherten das Video und machten Beweisfotos. Seitdem wird gegen Jens Lehmann wegen Sachbeschädigung ermittelt. Möglicherweise kommt es auch zu einer Anklage mit Prozess. Und die offene Frage, wer das Kabel des 91-jährigen Rentners durchtrennt hat, die bleibt.